Hallo und herzlich Willkommen. Die Wörter in diesem Video sind zu dem Thema der Aachener Dom. Und los geht's. Die Wörter in diesem Video sind die Weltkulturerbe, das Weltkulturerbe, das Oktogon, die Lichtkrone oder die Barbarossakrone, die Kuppel, der Altar, die Kanzel, hier der Goldene Ambo, die Mutter Gottes oder Maria, hier die Strahlenkranz Madonna, der Marienschrein, das Schloss und der Schlüssel, hier das Schloss des Marienschreins, Karl der Große, der Karlsschrein, der Thron Karl des Großen, auch der Thron aller deutschen Könige bis 1806, die Chorhalle, die Wandmalerei, die römische Pärin, die römische Pärin,